. 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 Oh, ein Dinosaurier. Sein Mund geht auf und wieder zu. Dad, kann ich sowas hier haben? Nur, wenn du es selbst bezahlst. Aber ich hab überhaupt kein Geld. Ja, dann kannst du es nicht haben. Aber ich will es haben. Tja, das nennt man dann allgemein Pech gehabt. Oh, das ist nicht fair. Es ist ziemlich fair. Nehmt ihn weg, nehmt ihn weg, nehmt ihn weg. Eiscreme! Hallo Kinder. Dad, guck mal, Eiscreme. Wir gehen weiter. Oh, kriegen wir etwa kein Eis? Nein, hier ist heute niemand ein Eis. Wieso denn nicht? Weil ihr schon gestern eins hattet. Das ist zu viel Zucker. Oh, das ist unfair. Das ist völlig fair. Tja, und wieso darf Muffin denn ein Eis haben, Dad? Muffin kriegt doch überhaupt kein Eis. Ich hab ein Eis! Siehst du? Ja, danke, Mann. Wisst ihr, Kinder, Muffin kriegt ein Eis, weil sie von einem Dinosaurier gebissen wurde. Es war ein Velociraptor. Oh, voll unfair. Nein, es ist total fair. Vielleicht lässt Muffin euch ja mal lecken. Nein, das wird nicht passieren, mein Freund. Darf ich einmal lecken, bitte, Muffin? Ah! Dad! Ah, okay, okay. Ihr bekommt ein Eis. Ja, Eiscreme! Diese Folge von Bluey heißt Eiscreme. Siehst du, es gibt sogar Mango. Das ist der glücklichste Tag meines ganzen Lebens. Oh, unsere Fähre ist da, Muffin. Wir sehen uns später, Mädels. Bis dann, Bluey. Bis dann, Bingo. Hey, Kinder. Onkel Stripe und Muffin verabschieden sich gerade. Oh, bis dann, Muffin. Bis dann, Onkel Erdbeereis. Wir sehen uns dann. Du musst dein Eis aufessen, bevor wir auf die Fähre gehen, Muffin. Ah! Gut, wisst ihr, was ihr wollt? Ja, ich nehme Mango-Eis, bitte. Okay, einmal Mango, bitte. Aber das soll extra groß sein. Ein extra kleines, danke. Oh, das ist nicht fair. Doch, sehr fair. Bluey, was ist mit dir? Hm, ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme entweder Mango wie Bingo oder Erdbeere. Kann ich zwei Kugeln haben? Nein. Oh, voll unfair. Voll fair. Okay, dann nehme ich Erdbeere, bitte. In einer Waffel. Ich kann jetzt sicher bei Bingo kosten. Sechs Dollar, bitte. Vielen Dank. Und, welche Sorte hast du ausgesucht, Dad? Ich möchte gar keins. Ich muss in Form bleiben. Es kann gleich losgehen. Es braucht immer etwas. Bereit? Oh, na los, ich nehme Schokolade im Becher. Extra groß. Hurra! Ich habe ein Problem. Sind jetzt alle glücklich? Ja. Gut. Ist deins lecker, Dad? Klar, es ist Schokolade. Bingo, darf ich einmal bei dir Mango kosten? Und das geht los. Okay, okay, aber du darfst nur, weil ich auch mal bei dir kosten darf. Klar. Ah, doch nicht so viel. Ich wollte doch überhaupt gar nicht viel nehmen. Doch wohl. Deine ganze lange Zunge war schon draußen. Nein, war sie nicht. War sie. Sie war nämlich so. Bläh, bläh, bläh. Nein, sie war nur so draußen. Blah. Nein, nein, sie war so weit draußen. War sie nicht. Sie war doch nur so hier. Sie darf aber nur so weit draus hängen. Okay. Okay, das ist in Ordnung. Warte kurz. Wenn ich als Erste koste und du als Zweite, dann könntest du ja viel mehr kosten als ich? Ach, Blui. Nein, mache ich nicht. Ich weiß es. Du kostest zuerst und dann ich. Aber dann könntest du ja mehr kosten als ich. Mache ich nicht, versprochen. Doch wohl. Okay, Kinder, kommt schon. Einigt euch doch. Wir können nicht beide als Zweites kosten. Was machen wir denn nur? Ich weiß es. Wir kosten einfach zur gleichen Zeit. Oh ja, sehr gute Idee, Bingo. Okay, bist du bereit? Ja. Also, wir kosten beide ganz genau gleich viel. In Ordnung? Ja, gut. Zeig mir, wie weit deine Zunge raushängt. Blah. Okay, das ist gut so. Falt mir Beine. Bläh. Ist Beine auch okay? Ja. Oh, das ist gut. Äh. Nein, deine Zunge hängt jetzt zu weit raus. Nein, aber, aber... Bingo, das ist zu weit. Kinder, was soll das denn werden? Das ist zu weit. Nein, zunge weiter rein. Zunge weiter rein. Das ist doch gut so. Nein, zurück, zurück. Das ist richtig so. Äh. Ah. Jetzt haut doch mal ab. Mein schönes Eis. Es ist geschmolzen. Meins auch. Ah. Sie sind beide geschmolzen. Dad, unser Eis ist einfach weggeschmolzen. Es ist ein heißer Tag. Ihr wart in der Sonne. In der Sonne schmilzt Eis nun mal. Aber das ist nicht fair. Es ist so fair, wie es nur sein kann. Kannst du uns ein neues Eis kaufen? Könnt ihr vergessen. Was? Wieso denn? Ist nicht meine Schuld, dass es geschmolzen ist. Ihr habt eben zu lang gebraucht. Also kriegen wir gar nichts? Doch. Eine lehrreiche Lektion des Lebens. Ich will aber keine lehrreiche Lektion des Lebens. Ich will doch einfach nur ein Eis haben. Au, au, au. Na schön. Ich sag euch was. Ihr könnt mein Eis haben. Wirklich? Ja. Na los. Ja. Danke, Dad. Hä? Wir machen es abwechselnd. Du darfst anfangen. Und nimm so viel, wie du willst. Danke, Bluey. Ist es lecker? Mh, ja. Du bist dran. Ich hab nur ein bisschen genommen. Danke, Bingo. Gut gelöst, Mädels. Hm, das schmeckt noch viel besser als Mango. Klar, es ist Schokolade. Tut mir leid, dass du jetzt kein Eis essen kannst, Dad. Ist schon in Ordnung. Alles gut, Spatz. Es ist aber auch eigentlich deine Aufgabe, uns dein Eis zu geben. Oh, ist das so? Warum ist das so? Na, du bist der große Papa, Mann. Na, das ist doch fair. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.